Hallihallo, zurück zu einer neuen Folge Rollercoaster. Ja, die Besucher wissen nicht, womit ihr Müll hin. Wir machen erstmal Play. Aber hier habe ich doch einige Mülleimer. Hier hinten stehen gleich drei Stück. Ja, gut, auf dem Weg stehen jetzt gar keine. Na, obwohl hier hinten steht ein Mülleimer. Hier steht auch. Gleich zwei Mülleimer. Ja, stellen wir hier vorne noch einen hin. Ach ne, hier steht sogar einer. Okay. Hier steht auch einer. Ich weiß nicht, wieso die zu viel Müll haben. Ich stelle mal hier noch welche hin. So, eigentlich haben sie genug Mülltonnen. Hier hinten auf den langen Weg können wir ja vielleicht noch Mülltonnen und eine Bank hinsetzen. So, genau. Übrigens gab es ein neues Update. Ich glaube, es waren aber hauptsächlich nur Big Facts. Äh, Big Facts. Ach, eins habe ich gefunden. Was? Blünderer-Pirates-Defekt. Okay. Äh, ich glaube, die hier, die Hecken und Zierstreute, die waren, glaube ich, neu. Ich glaube, die gab es letztens noch nicht. Oh, süß. Das ist jetzt mal hierhin das Eichhirnchen. Oh, das ist super süß. Leider liegt hier sehr viel Müll rum. Also anscheinend haben die wirklich zu wenig Müll. Ich weiß nicht, ob ich noch Personal, Amateur, äh, 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 ein Hausmeistergebäude. Vielleicht sollte ich noch eins hier hinsetzen. Oh, halt, stopp. Jetzt habe ich das hier hingesetzt. Das wollte ich gar nicht hier hinsetzen. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wie man das drehen kann. Wie könnte man das denn drehen? Halte die Umschalttaste gedrückt und bewege das Mausort. Ah. Äh, äh, äh. Dann setzen wir das hierhin. Machen ein... Wir können ja jetzt mal anfangen mit anderen Wegen. So. Ach so, wir müssen das Gebäude ja auch aufmachen, ne? Dann stellen wir gleich zehn Leute ein. Die können hier gleich rumrennen. Jetzt kommen sie alle raus. Laufen wie Zombies. Was ist mit dir? Was hat sie? Hunger. Ach, sie hat Hunger. Ich glaube, wir haben hier zu wenig Fressboden. Hier vorne haben wir welche. Ja. Ja, da haben wir eine Spaghetti-Dings. Ja, da machen wir hier hinten noch irgendeine Fressbude hin. Hm. Hier. Wie wär's damit? In Fleischklops. Also, kurz gesagt, mit Burgerbude. Machen wir da noch einen Weg dran. Dann nehmen wir jetzt auch Steinwege. So, genau. Dann machen wir das Ding noch öffnen. Das lassen wir alles so. So, dann wollen wir noch ein paar Fackeln hinmachen, damit es nicht ganz so dunkel ist hier. Genau. Oh, was sind denn das so welche? Westernlaternen. Oh, die sehen aber auch cool aus. So, wir gucken uns mal die... Was? Hitzekarte? Wie eine Hitzekarte? Hm, keine Ahnung. Wir gucken uns mal die Finanzen an. Gewinn und Verlust. Oh, ich bin etwas leicht erkältet. Also im August haben wir auf jeden Fall Plus gemacht. So, unsere Achterbahn ist hoffentlich auch gut. Ist jetzt eigentlich die Krag. Das war hier das, oder? Was zu war? Plündernde Piraten. Ich glaub, die war zu. Weil irgendein Geschäft war doch zu, oder? Ja. So. Unsere Achterbahn scheint auch sehr gut zu laufen. Die stehen hier. Ich glaub, die Schlange ist sogar etwas zu lang. Ach, hier haben wir schon drei. Okay, mehr kann man da nicht machen. Was hat er so Gedanken? Ja. Vom Angucken wird mir schon schlecht. Aber sie stellt sich erst mal an. Nichts. 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 Aber. which ist ja... So, ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal noch so ein paar Attraktionen. Hier drüben ist ja eher so das abenteuerliche Thema. Obwohl wir das vielleicht alles noch ein bisschen schöner dekorieren müssen. Aber dann würde ich gerne hier drüben jetzt schon ein bisschen so anfangen zu bauen und ein paar Attraktionen machen. Vielleicht irgendwas Nervenkitzliges. Oder eine zweite Achterbahn. Das wäre ja auch nicht schlecht. Achterbahn. Wie wäre es mit einer Holzachterbahn? Hm, obwohl Holzachterbahn... So eine riesengroße hier vielleicht. Gibt es keine Wasserachterbahn? Hochgeschwindigkeitsbahn. Das wäre auch nicht schlecht. Ach, die haben wir gerade gebaut, glaube ich, die Drehdings. Hier irgendwas mit Loopings. Ne, die hat gar kein Looping. Die sieht aber recht klein aus. Dann ist sie nicht ganz so groß. Aber die müssen wir wohl mal drehen. Dröhn. So. Na, nicht ganz so weit. Genau. Dann machen wir die hier hinten in die Ecke. Ja, ja, ja. Was soll man machen? Warteschlange. Genau. Eine Warteschlange. Sandstein, Stahlplatten, nee. Muscheldingens. Ein Stück gerade, dann gehen wir so. So. Und so. Genau. Kiel, Swellmuster. So. Äh, ich frage mich jetzt, wieso die da... an den ein Stück grün ist. Ach so. Okay, war nur irgendein Fehler. Grafikfehler. So, dann wollen wir mal gucken, was wir hier noch so einstellen können. Kapazität voll. Das lassen wir so, weil die Achterbahn bestimmt immer voll sein wird. Musik machen wir aber an. Und zwar, wir machen... Wir machen Westernmusik einfach mal an. So, dann können wir das Ding eigentlich öffnen. Dann machen wir jetzt noch ein paar Lampen hin, aber dann machen wir andere Lampen hin. Ich würde das jetzt gerne so im Western-Stil machen. Äh, halt die Lampe, die versetzt. Die Lampe. Nein! Kacke! Das Ding wollte ich da gar nicht versetzen. Oh. Oh Gott, Mann. Kriegt mir ja noch übelst die Panik. So, ein Western-Bogen. Haben wir einen Western-Bogen? Ja, hier. Ui. Ähm, ja, ne? Setz mal den hier hin. Dann können wir ja dann hier noch einen Weg so, den wir hier so... Die Steine hat man, ja. Dann machen wir dann hier noch so einen Weg. Der geht dann hier ab. Und da bauen wir dann da hinten weiter. Wir müssen natürlich noch ein paar Bänge hinsetzen. Eine Western-Bank. Weil wenn die hier rauskommen, denen wird's bestimmt kurz übel gehen. So, dann machen wir auch noch Western-Müll-Eimer hier hin. Eine Western-Laterne. Oh, cool. Drehen wir mal ein Stück. So, so einen Busch brauchen wir nicht. Gibt's hier oben? Hier so ein Kaktus. Genau. Die sind aber klein. Gibt's da nicht größere Kaktien? Äh. Sieht nicht so aus. Nee. Bäume. Hm. Auf dem Brotbaum. Hier gibt's da auch eine große Kaktie. So, sieht das schon viel besser aus. Oh, Bambus. Das ist aber cool. Das können wir hier drüben beim Abenteuer-Ding mit so hinbauen ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ganz so dazu passt. Wieso als... Als Wanzo kann keiner auf euch gucken. So, sieht doch cool aus. Kann man den Ballonstand nicht mehr sehen. Hä, hä, hä. So, dann wollen wir auch mal eine Runde mit unserer neuen Achterbahn mitfahren, würde ich sagen. Die ersten laufen nämlich schon gerade rein. Ach, hier sitzen sogar schon welche. So, da bin ich mal gespannt. Ich glaube, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Oh, oh. Also, bis jetzt geht's noch langsam. Oh, der Hintergrund ist alles schön, wenn man das so sieht. Äh, ach, jetzt. Ich wollte schon sagen, etwas langsam. Na ja, obwohl das endlich... So schnell sieht das jetzt aber auch nicht aus. Von außen. Obwohl. Geht. Ja, es funktioniert. Oh, hier ist ein alten, knorrigen Baum. Können wir ja hier hinstellen. Hübsch, hübsch. Äh, also irgendwie kommen unsere Mechaniker anscheinend nicht mehr hinterher. Dann stelle ich mal drei Stück ein. Weil die irgendwie nicht mehr hinterher kommen. Weil andauernd irgendwas kaputt ist. Sicherheit 8,5. 6,6. 7. Mal hinten gucken, wie hier die Sicherheit ist. 10,8. Also, wenn man das neu baut, ist immer die Sicherheit ziemlich hoch. Und das halt nur am Anfang so. So, wo haben wir denn eine Toilette hier vorne? Da hat man eine Toilette, geht? Dann würde ich sagen, bauen wir dann hier hinten auch noch eine Toilette hin. Ja, wieso kann man das nicht... Ja, machen wir so halt. Egal. Äh... Äh... Personal? Ne, Service-Läden. Hier. Wir nehmen gleich wieder eine große Toilette. Ein bisschen dröhnen. So, ein Weg dran. Und dann machen wir die Toilette... Auch gleich auf. Mir ist letztens aufgefallen, dass wenn ich schnell ranzoome oder so, dass am Anfang verpixelt ist. Ich habe keine Ahnung, wieso das so ist. Es geht jetzt so. zu wir müssen noch 12.000 im jahr und ich denke mal das kippen bestimmt schnell wieder rein das Geld für mich nach der Bank gebaut und müssen die auch wieder Eintritt zahlen so was haben wir eigentlich hier fünf Euro das würde ich auch erst mal immer noch so lassen Gäste im Park wir sind auf jeden Fall gestiegen so wir wollten ja hier gucken Parker nein 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 nicht Park erweiterung ich wollte gar nicht mehr im Park erweitern sandige Struktur genau hier wollte ich so ein bisschen Sand weil eigentlich wollte ich ein bisschen Wüste hier hin machen aber das gibt es irgendwie noch nicht so deswegen mache ich ein bisschen Erde hier hinten hin so hier gibt es nur Gras Grastextur B Felsen und Sand äh Erde nicht Sand das Ding ist kaputt oder was oder wieso steht jetzt hier das Zeichen da die denkt gerade gar nicht die denkt gerade gar nichts Gute Frage Ach jetzt ist es weg okay dann wurde es wahrscheinlich jetzt repariert gut Ballonstand gut haben wir vielleicht können wir ja noch hier irgendeinen anderen Stand hinmachen wo wir irgendwas verkaufen können äh ich spät Ballon auf dem Boden äh ja ne Gebäude Gebäude äh äh hier irgendwo so ein Souvenir Ballons haben wir ja schon hier vielleicht so so Fingers haha oder Hüte wären auch nicht schlecht na gut ich glaube das bauen wir in der nächsten Folge denn dann würde ich nämlich erstmal die Folge hier beenden und sagt danke fürs einschalten und bis zur nächsten Folge tschüss